Ich möchte hier gerne die zwei Schwestern vorstellen. Diese wunderschöne Hündin hier heißt Verbena. Sie ist aus Riete, ist als Baby hier angekommen, sehr freundlich. Ja, hat eine sehr interessante Fellfarbe. Sie ist noch jung, sie ist noch kein Jahr alt. Schon kastriert leider. Und das hier ist ihre Schwester, die heißt Venus. Sie sind ungefähr 50 Zentimeter hoch, die Hunde. Ja, gell? Hübsches Mädchen. So ein hübsches Mädchen. So ein hübsches Mädchen. Ja, so was. Freust du dich? Freust du dich? Ja, wer freut sich denn da? So ein hübsches Weiby bist du. Ja, feines Mädchen. Ja. Ja.